ja moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal ihr habt fleißig danach gefragt hier jimmy kannst du uns da mal ein tutorial machen wie wir denn eigentlich die mods auf unserem oder beziehungsweise in unser spiel bringen ja leute erstmal vorweg die website ist leider down von nexus ich kann euch das mal ganz kurz zeigen wenn wir jetzt hier supermarkt simulator mods eingeben dann können wir einmal ganz kurz hier auf den nexus auf die seite gehen oder sehen wir leider ja ja die webseite ist aktuell down aber leute nichts desto trotz ich habe die mods ja alle runtergeladen ist kein problem stelle ich euch im anschluss einfach auf meiner discord seite zur verfügung da könnt ihr euch die dann einmal runterladen ist gar kein problem so wichtig ist jetzt aber mal vorab denn ihr müsst dann ihr geht dann einfach bei mir zum beispiel auf die discord seite ladet euch diese mods einmal ganz kurz runter wenn ihr die runtergeladen habt dann sollten die im normalfall hier in euren download in eurem download angezeigt werden da geht ihr dann hin und müsst als allererstes einmal diesen hobys beepen x pack for simmo supermarket simulator runterladen und den müsst ihr dann erstmal installieren wir gehen jetzt mal hin und machen den einmal auf dann haben wir hier einmal diese dateien diese dateien die ladet ihr beziehungsweise entpackt ihr und packt die dann dementsprechend in euren ordner bei mir ist es tatsächlich normalerweise ist es auf lokaler datenträger c und dann hier unter programme x und dann auf sekunde auf steam und dann auf lasst mich kurz gucken auf steam apps kommen und dann sollten die hier drin sein bei mir habe ich das aber ein bisschen gesplittert bei mir ist das dementsprechend dann einmal hier unter d und dann unter steam library steam apps und dann sind hier noch weitere games von mir ihr geht dann auf jeden fall einmal in den supermarket simulator rein nimmt diese dateien die ihr dann gerade eben hier quasi zur verfügung gestellt bekommen habt bzw die ihr entpacken sollt nimmt diese dateien und entpackt sie einmal in euren supermarket simulator ordner das ist schon mal top danach geht ihr einmal hin startet einmal das spiel dass es hochläuft wenn das passiert alles super dann geht ihr hin und macht einmal den einmal das spiel wieder aus das ist nachher letztendlich die grundlage damit überhaupt alle mods funktionieren ja der ein oder andere hat dann auf jeden fall das problem gehabt dass zum beispiel der handscanner nicht funktioniert ja ist natürlich ein problemchen wenn man das dann nicht richtig gelesen hat am anfang ist aber kein problem kriegen wir auch alles hin ich mache dafür mal ganz kurzen neuen tab auf ist ja kein problem ich gebe das mal hier so ein bisschen zur seite dann können wir hier ein bisschen besser schauen hier geht er natürlich wieder in euren download ordner rein zum beispiel hier no max order limit beim einkauf und einmal hier portable denn den portable scanner in no max order limit diese datei entpackt ihr und packt die nachher einmal in den ml loader geht dann auf mods und packt den hier rein denn dann funktioniert es ebenso auch den vom stock manager die beiden müsst ihr letztendlich hier einmal in diesen mod ordner packen bei dem ganzen für den handscanner sieht es ein bisschen anders aus aber auch das leute ist überhaupt gar kein problem wenn ihr den portablen scanner einmal hier auf macht dann habt ihr auch eine dll datei aber diese datei muss nicht in den mod ordner denn diese datei die muss nachher hier im super market simulator in bieb in x in plugins hier rein einfach nur in den ordner plugins rein dann geht ihr wieder in euer game und dann habt ihr auch alles so wie es funktionieren soll den portablen scanner den nutzt ihr natürlich dann mit dem mausrad dort einfach drauf drücken und zwar nicht auf das auf das zeichen von dem barcode nachher letztendlich sondern natürlich auf das produkt dort wo die anzeige ist wie viele produkte dort noch im regal oder wie auch immer nachher noch sind und dann kommt auch so ein piepton und dann funktioniert das also leute wie gesagt ich fasse noch mal ganz kurz zusammen die dateien könnt ihr runterladen bei mir auf meinem discord channel ich packe die euch einmal in den in downloads rein und nachher noch mal in den in den kanal von supermarket simulator da könnt ihr euch die sachen runterladen wichtig natürlich als allererstes dass hier hingeht und ladet euch einmal erst den tobys beepen x runter den entpackt ihr und packt den natürlich dann hier in den supermarket simulator ordner rein den ihr im normalfall unter lokale datenträger c programme x86 team dann unter steam apps kommen da sind normalerweise ist normalerweise der supermarket simulator drin und dann geht ihr auf euren supermarket simulator und fügt einfach die datei da rein und dann letztendlich geht ihr natürlich dann noch mal hin und nimmt dann die anderen dateien die ihr braucht wie dem portablen scanner den packt ihr dann in beep in x plugins dort rein und den storage und den no limit den packt ihr in ml loader mods und dann seid ihr ready to go leute ja ich hoffe auf jeden fall euch hat dieses kleine video dieses kleine tutorial über den supermarket simulator beziehungsweise über die mods vom supermarket simulator gefallen wenn ja lasst mir natürlich sehr gerne ein däumchen da vergesst nicht das kostenlose abo und aktiviert die glocke und dann wünsche ich euch ganz viel spaß mit den mods und das krachen und ich wünsche euch auf jeden fall einen super schönen tag passt auf euch auf bleibt gesund und bis zum nächsten mal macht's gut ciao kakao